Da haben wir schon mal den ersten verloren, leider. Ähm, da sind sie beide down. Allerdings für Bodendrucken ist jetzt natürlich gut Platz, ne? Ob mir das jetzt so gefällt, ist die andere Frage. Aber ich, ja, was bleibt da über? Sag ich eigentlich immer, ja? Was bleibt mir schon über? Alter! Da muss er ich über den anderen. Hm. Da hinten hat er halt noch ordentlich Sachen. Hm. Hm. Gut, aber wir haben ihn da vorne mal aufgeräumt. Und das ist schon mal wichtig. Rein theoretisch könnten wir ja jetzt mit denen hier so ein bisschen am Rande entlang. Und da hinten mal gucken, was er da noch so alles schönes stehen hat. Aber, pfff, viel darf es ja nicht mehr sein, ne? Ihn schicken wir mal mit dazu. Die Frage ist natürlich die, wie weit erweitert sich dann das ganze Gelände noch? Ähm. Irgendwie habe ich gehofft, würde es auch den da hier abbauen. Na ja, dann machen wir das eben. Was heißt, wir geben halt Manuel den Befehl dazu. Ich hätte vielleicht vor dem Eingriff nochmal speichern sollen, aber ich bin jetzt zu faul, das andere da nochmal zu laden. Hm. Drei Kanonenboote da zu verlieren ist schon ein wenig heftig. Aber, pff, ja gut, da vorne ist jetzt aufgeräumt. Wir haben ein Teil hier aufgeräumt. Wir haben hier ordentlich Masse, was wir einsammeln können. Und wenn mein Fahrzeug da oben ist und man den Commander lootet, dürfte das Ganze noch nicht mehr so schlecht aussehen. Hier vorne, viel Spaß beim Durchkommen, du Spastengegner. Wo ist denn? Da oben ist er. Wir benutzen ihn gerade mal zum Scouten. Ich weiß, ich könnte ja Scout-Flugzeuge nehmen. Aber, hey, das ist doch langweilig. Wer benutzt das heutzutage schon? Ah, das Ding ist noch da. Ah, schau an, schau an, schau an. Das ist natürlich schon nicht. Ja, die Dinger habe ich natürlich vergessen. Ja, 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 ja. Habe ich gar nicht gebaut auf Seiten der UIF, gell? Jetzt kommt er da ausgerechnet. Ihr Deppen, ihr Blöden, ich greife hier an. Statt es mir zu helfen. Nein, guck mal, was der Kabu da macht. Ja, kein Wunder, dass die da hier so schnell down gegangen sind. Und die repariert der natürlich hier auch immer wieder. Na ja, dann geh du mal dahin. Machen wir das Ganze darüber. Der da oben. Der Gegner hat nun Chancen. Rein theoretisch. Ähm, von irgendwas war ich aber trotz alledem noch gut beschossen, ne? Äh. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Ich muss ja nur dämlich und über mein Mikro lang. Plus und Minus tasten, ne? So, weiter, 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 weiter. Wir krabbeln jetzt hier vorne erstmal schon den Klang. Weiter. Pfff. Das sieht lustig aus. Krabbel, 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 krabbel. Pfff. Okay. Das sah nur lustig aus. So, was hat denn der da eigentlich an Hardcore-Verteidigung? Das können doch nicht nur die beiden da sein. Das dahinten wird doch alles Artillerie sein. Ah. Da oben gibt das auch nicht auf, ne? Aber solange er da oben noch mit solchen Späß ankommt, bringt das Ganze nix. Den Commander da oben haben wir aufgesammelt. Sehr schön. Sammeln mal. Und da unten haben wir gar nix mehr, gell? Unlooted. Nope. Was macht ihr? Ihr macht gar nix. Äh. Fahrt bald dahin. Ist doch schön, wenn ihr da irgendwie hier noch trotz alledem die Patronie fahren würdet. Jetzt kommt er da natürlich wieder an. Er kann halt in dieser... Ähm. Stadtrandbeflüttung... Hm. Hm. Ne, passt. Jetzt hab ich's verwechselt mit was anderem. Jetzt hab ich Schwachsinn gelabert. So, die beiden Commander mal noch da vorne. Ich würde sagen, das können wir wirklich, äh, grad nochmal beschleunigen, bis die da vorne sind. Ansonsten warten wir da noch drei Jahre lang. Und das wollen wir ja nicht. Ich schlage vor, sie überprüfen ihre Ziele, Commander. Ob's Ende. Das sieht lustig aus, wie die Artillerie da reinfeuert. So, jetzt schneiden sie sich hier noch den Weg durch. Bip, 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 bip. War da was? Weiß nicht. Erzählst du mir doch mal. Ah, ich glaub, da war nix. Okay. Machen wir es so. Ich will nochmal ein paar von denen haben. So, jetzt aber Slowmotion. Also, was heißt Slowmotion? Auf Normalgeschwindigkeit. Jetzt speichere ich ja nochmal. Ich möchte diese Vision zu einem normalen Abschluss bringen. So langsam, aber sicher. Ey, sieht sie hier wieder mal. Die meisten Fracks, die großen, sind von mir. Das ist natürlich Panne. Äh, ich hoffe, die machen das Gebäude dadurch kaputt. Ich muss es ja einnehmen. Meine Artillerie ist echt leicht per Vers, wie ich finde. Nur leicht. Und wenn wir dann da vorne sind, holen wir uns die ganze Masse wieder zurück. Ich mach Masse plus. Wow. Die Kanonenboote brauchen nur halb so viel Masse. Wie erwartet. Das ist krass. Ähm. Ja, jetzt haben wir hier oben natürlich auch ordentlich einen Flak. Das gefällt. Das gefällt. Was macht er? Er macht gar nix. Ähm. Eigentlich, äh. Ja. Ist so ein etwas kurioser Weg, den du da gehen musst. Die Black Sun wird sie und alle anderen Verrückten zerstören. Ach, das sagen sie alle immer wieder. Und danach, ne, schreien sie meinen Namen. Oh, Karu. Du mein großer Retter. Ja. Er Retter. Retter? Ähm. Ja, gut. Ja, das geht auch, was ich gerade gemacht habe. Dass sie dem Großen da folgen sollen. So, dahin. Und... Ja, ich würde sagen, die holen wir noch gerade runter. Selbe Spielchen wie davor. Go, 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 go. Vielleicht sind ja die Kanonenboote bis dahin fertig. Dann kann ich sagen, oh, die holen wir auch noch da runter. Ach, komm, die holen wir auch noch da runter. Ach, und die holen wir auch noch da runter. So, Normalgeschwindigkeit. Wir brauchen kein Wurzins mehr. Das Ding muss halt weg, ne? Da produziert er halt Fahrzeuge raus. Ich wusste es doch. Da kann man doch Fahrzeuge draus machen. Der hat doch gar nichts anderes da. Wir sehen natürlich jetzt gerade nichts anderes. Es ist herrlich, aber okay. Es grieselt. Es grieselt. Es grieselt. Und da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Klatt. Genau. Das war nämlich das andere Fahrzeug. Ich wusste nämlich, dass die UAF ein cooles Spielzeug hat. So, jetzt müssen wir da einmal rum. Und das Ding da hier. Klatt machen. Oh, der Laser ist fies. Darum hatte ich zu viel Angst vor dem Ding an der. Und das war seine zweite Einheit. Okay. Jetzt können wir ja alles mal klatt machen. Und übrigens. Unsere Missetaten einsammeln. Sehr schön. Und ihn holen wir jetzt da runter. Dass wir das Teil da endlich nehmen können. So, was bedeutet. Wir können hier oben mal. Ich denke einfach mal. Es wird jetzt gleich da runter. Und dazu ist weitergehen. Die hätte ich gerne noch da oben. Er ist gleich fertig. Das ist mir sehr recht. Da kommt die nächste Flotte der Aeron an. Das ist aber. Macht, was er wollt. Kreuzer könnte ich höchstens mal sagen. Hör auf zu bauen. Flieger glaube ich nicht. Dass er wieder großartig gefährlich werden kann. So. Fertig. Sehr schön. Dann können wir ja nochmal da rüber gehen. Da könnte man Unterstützung und Commander noch vielleicht holen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Machen wir ein bisschen runter. Vergebene Liebesmühle des Feindes. So. Will ich den? Ja, komm. Das kostet mich gerade nix. Und ich habe eh Masse plus. Also von daher. Da ist er. Wollte ich gerade sagen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und ja. Erstmal hier die Schiffe nieder. Und danach darf er sich hier um das Schlachtschiff kümmern. Und der ganze Rest ist ja Pipi-Kram. So. Wir haben es schon mal mit einem Kanonen-Lot geschafft. Also warum jetzt nicht auch wieder? Das war das erste. Das zweite folgt hier gleich. Und gleich ist das Schiffchen dran. Also. Das sind ja alles Schiffchen. Aber egal. Will ja nix gesagt haben. Sind das gerade zwei verschiedene Musiken, die mir hier im Ohr dröhnen eigentlich? Wenn ich so fragen darf. Hört sich fast so an, ne? Wir könnten natürlich mit den Kanonen-Booten da drüben dann mal aufräumen. Ich denke, das wäre gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, ja. Das wäre nicht toll, wie ich gerne hätte, aber du kriegst immerhin. Ach, ich mach... Ich wollte gerade sagen, ich mach erst seit einer Stunde. Aha. Bei dem ganzen Neuladen, ähm... Dann kann ich mich da auch drauf verlassen lassen, ne? Ah... Kommander ist da unten. Kann das... Kommander wird angegriffen. Wir müssen so schnell es geht, das Kontrollzentrum einnehmen und UAI downloaden. Aufs Ende. Ich kann eh nix mehr machen. Kommander, wie ist der Status? Kommander! Nein! Oder? Ich glaub's nicht. Ja, was hätte ich da jetzt noch machen sollen, ne? Ich wollte jetzt eigentlich noch einen schlauen Spruch dort unten bringen. Dann hat mich das gerade verwirrt. Warum heißt das Kommander? Äh, sie müssen den Code downloaden. Ich hab ihn doch schon nix gedownloadet. Ah! Warum hab ich nicht gespeichert? Wo hab ich denn gespeichert das letzte Mal? Haha. Oh Gott, ich seh's schon kommen. Okay, ich steh hier oben noch. Das ist... Ertragbar. Hier unten, bei dem. Okay, das ist... Das ist auch noch tragbar. Das ist alles. Es ist... Es ist ertragbar. Komm da runter. Komm da runter. Ähm... Erobern sie die Blacks... Äh, das Kontrollzentrum. Ja. Wir werden das ganz einfach machen. Wir werden hier oben... einen Lufttransporter machen. Ich denke mal, da bin ich am einfachsten und mobilsten unterwegs. Den Kreuzer schmeißen wir raus. Hier... Passt mir das Ganze so... Ach, guck mal an, wer da wieder ankommt. Oh. Die waren ja voll doch nicht so fleißig da, oder? Waren die doch da und ich hab's nur nicht mitgekriegt? Die Ähren können nicht gestoppt werden. Ja, ja... Das... Das... Das war schon mal irgendwie so ein Spruch. Und dann... kam ich. Und dann kam Polly. Ähm... Hört sich komisch an, ne? Äh... Sobald wir da sind, werden wir da... wieder diesen coolen Vorstoß machen. Machen die mal auf zwei. Die sind mir vorhin echt nicht aufgefallen. Woran sind die zerschlagen? Ich wies es nicht. Na gut. Lassen wir's einfach mal. Ich glaub, die sind an der Küste da zerschellte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh... Hier... Lassen wir mal gleich das Feuer da drauf. Erwidern. Erwidern? Fangen wir gleich mal drauf an zu feuern. Je schneller es tot ist, kaputt ist, zerstört ist, desto weniger Einheiten kriegt er. Äh... Schild ist noch da. Was war's mit dem Schild? Ja, ohne Schild ist es ein Opfer. Jetzt sind die dran. Ja. Dann hier weiter. Weiter, 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 weiter. Sehr schön. Da drauf. Und dann haben wir's. Ach, ja, das ist jetzt schon ein wenig ärgerlich, zugegeben. Das bringt irgendwie gar nix, also machen wir das so. Sehr schön. Und dann positionieren wir die ganzen Einheiten jetzt da. Glaubst du das? So, wo ist mein Transporter? Damit holen wir den jetzt. Kriegst du die? Kriegst du den? Nee, ne? Irgendwie komisch, aber was soll's. Da hin? Hier hin und die zwei meine... Ja gut, da oben ist jede Menge Torpedo-Angelegenheit. Ich denke mal, das war davor auch schon so. Und dann wird das schon werden. So. Mein Commander ist gerettet. Vorerst. Dann würde ich noch liebend gerne... Wenn's erlaubt wäre, trotz alledem, hier so einen runterschicken. Einfach nur... Prinzipiellerweise... Ähm... Ja. Okay, dann... Das kann schon sein, dass die davor schon da waren, aber... Hier von der Artillerie dann weggesnackt worden sind oder so. Ähm... Passt. Ciao. Absetzen. Setzt du ihn ab? Bitte? Ich hab bitte gesagt, du Arsch. Oh nein, fängt der Scheiß wieder an. Hier. Da. So. Siehst du, du kriegst so ein Luftlande-Ding hier. Oh. Ja? Ah. Schön. Speichern. Dieses Mal speichere ich. Also, sag mal. Es gibt so Missionen, da läuft's einfach ein bissl komisch. Nur ein bissl. Ja. Die dürfen sich dann darum wieder kümmern. Das ist ja ein altbekanntes Spiel. Das dauert wohl länger. Sorry. Okay. Rüber. Aber jetzt läuft das doch eigentlich mit der Masse. Also, ich bin sehr zufrieden. Geht. Ein bisschen mehr Konzentration. Ich gucke mal an. Da oben, das Ding, das haben sie mal geklaut und hier haben sie es nicht mitgekriegt. Was man natürlich mal machen könnte, wäre ja zum Bleistift... Ähm... ...plus 24 nochmal minus 1500 Energie. Äh... Nö. Da bräuchte ich wesentlichst mehr Energie. Wesentlichst mehr Energie. Gut. Die könnte man ja... Ich sag mal sowas machen. Die beiden...